Sehr schön. Und was haben wir jetzt hier so großartig Neues freigeschalten? Datenstation gefunden. Ja! Normalerweise gibt es hier immer Rennen, ja. Also da werden immer Rennen und Sehenswürdigkeiten aufgedeckt. Aber irgendwie ist das jetzt doch nicht so. Na gut, wir spielen das jetzt erstmal. Das wird nicht funktionieren. Ach, so ein Zufall. Wir haben dort nichts. Wir haben dort niemanden zum Mitspielen. Das ist super. Oh, plus 10. Das ist super. Das ist super. Das ist super.